ja freunde und herzlich willkommen zum nächsten video hier auf fc fabio ja freunde sehr ungewohnter look ich weiß ich habe meine haop hinter mich gebracht und ja ihr werdet mich jetzt und dann hoffentlich in zukunft mit einer bisschen haarpracht hier in den videos sehen aber darum soll es natürlich erstmal heute in diesem video nicht darum gehen wir haben heute die nächste folge fc news und ich möchte mit euch heute über drei punkte sprechen die in den letzten tagen oder relativ aktuell passiert sind wo es sich mal wieder darüber lohnt zu sprechen und ich kann nur sagen ich freue mich dass ich an dieser stelle in jedem fall wieder zurück bin deswegen fangen wir erstmal mit der sache an die jetzt ja sagen wir mal am weitesten zurückgelegt in den letzten tagen und ja hierbei geht es um noah katerbach noah katerbach wie ihr wisst war an den fc basel verlieren hat da genau wie beim fc vorher unter baumgart leider nicht den entscheidenden impuls bringen können um sich festzuspielen in der mannschaft von daher war es klar um katerbachs entwicklung zu fördern muss der junge anderen schritt gehen jetzt ist es dazu gekommen dass er die laie beziehungsweise die laie wurde mit basel aufgelöst und er selber hat sich jetzt dem hamburger sv in der zweiten fußball bundesliga angeschlossen inwiefern er sich dann da durchsetzen wird wird interessant sein zu beobachten denn muheim hat sich ja dort festgespielt und spielt da eigentlich finde ich bei hamburg relativ souverän trotz allem glaube ich dass katerbach beim hsv mehr chancen hat zu spielen als eben beim fc basel trotz allem glaube ich dass katerbach beim fc keine zukunft mehr hat er selber sagt ja oder sein plan ist es dass er sich jetzt beim hsv beweisen will und dann im sommer beim fc noch mal einen neustart wagen möchte ich persönlich für meinen teil glaube aber nicht dass dieser neustart zustande kommt einfach aus dem ganz einfachen grund da der fc ja wie ihr es wahrscheinlich auch mitbekommen habt leert pakarada vom fc st pauli verpflichten wird ab sommer dann und dann haben wir eben einen offensiv starken neuen linksverteidiger und ich gehe nicht davon aus dass man christian pedersen halt weg schickt und wir hoffen ja auch alle das hektor verlängert wobei ich dann hektor eher wieder als kandidat auf der sechs sehen würde wenn du halt pedersen und pakarada als linksverteidiger im kader hast da du aber diese zwei schrägstisch drei möglichkeiten man weiß ja noch nicht wie es mit hektor weitergeht dann im kader hast kann ich mir nicht vorstellen dass es dann für noah katerbach eben noch mal diese chance dann im sommer gibt deswegen glaube ich dass noah katerbach gut daran tut jetzt beim hsv so viel wie möglich zu spielen und sich dann im sommer vielleicht entweder dafür empfohlen hat beim hsv dann fest zu bleiben oder eben dann zu einem anderen verein geht wo er dann auch wirklich eine tragende rolle spielen kann und gerade im jungen alter ihr wisst das spielpraxis das wichtigste und da muss noah katerbach halt einfach hinkommen und da wird er beim fc meiner persönlichen einschätzung nach jetzt in naher zeit nicht hinkommen ja punkt nummer zwei in diesem video meine freunde wenn wir schon über spielpraxis und gesetz sein darüber sprechen ja müssen wir mal wieder diesen namen nennen und zwar justin diehl ja der nachwuchsstürmer wie ihr wisst freunde ist wahrscheinlich mit das größte offensivtalent was der fc jetzt aktuell im nachwuchs hat er konnte jetzt in der vorbereitung größtenteils das training mit absolvieren was jetzt sehr wichtig ist was in der vergangenheit halt nicht konnte weil immer wieder eine verletzung da war und er hat in dem einen oder anderen test spiel auch gespielt hat gegen hamburg einen guten job gemacht hat gegen lommel einen sehr guten job gemacht und man hat schon gesehen dass der junge wirklich gerade aufgrund seiner variabilität vorne und seines unglaublichen laufpensums einfach irgendwie den baumgart fußball wirklich verstehen und auch umsetzen kann da er halt einfach wirklich schnell und wendig ist und er das potenzial einfach mitbringt um anzulaufen er hat einen guten abschluss er hat aber auch ein gutes auge für mitspieler wenn man jetzt an das spiel gegen lommel denkt auf den pass auf hussein basic ich glaube halt dass das so ein halber torschuss war trotzdem kommt der ball gut hussein basic auf dem fuß und ich denke er hat damit wirklich auf sich aufmerksam gemacht er hat jetzt aktuell noch vertrag bis sommer jetzt wird ein bisschen spekuliert wie geht es für ihn weiter ich hoffe aber einfach weil er ein kölscher jung ist weil er jetzt schon beim fc lange in der jugend spielt dass er einfach beim fc bleibt und baumgart machen lässt was steffen baumgart sich gewünscht hat er sagt ja vor kurzem öffentlich dass er justin die gerne wenn man ihn lässt zu einem bundesligaspieler machen würde und ich glaube auch dass steffen baumgart das hinbekommt es ist natürlich die frage wie geht es dann im sommer weiter wird vielleicht im sommer dann noch mal ein stürmer verpflichtet oder vertraut man auf die die man aktuell hat und wie verfährt man dann weiter mit sachen spielsystem es gab ja die idee die hoffentlich nicht zustande kommt dass man mit selke untiges spielt wenn ich persönlich falsch weil wir dann dasselbe problem haben wie was mit anders sondern modest hatten dass du halt wirklich zwei gar nicht disrespektierlich gemeint aber schränke vorne drin hast die halt beide nicht gerade fürs saubere dribbling und fußball spielen bekannt sind deshalb finde ich es immer gut wenn man zwei stürmer hat die sich nicht ähneln einen flinken schnellen einen großen wandspieler das würde halt passen da muss man halt gucken wie weit deal dann da schon hinkommen könnte ich könnte mir vorstellen dass er vielleicht sogar gegen bremen option für die bank ist dafür müsste dann aber wahrscheinlich jemand wie tim lemperle oder so dann zu hause bleiben was aber ja in der vergangenheit schon öfters passiert ist deswegen würde ich das ganze nicht ausschließen ich bin gespannt wie baumgart jetzt mit ihm weitermacht und ich habe schon mal gesagt vielleicht wäre es angebracht wenn er denn nicht mit zu den profis kommt ihnen dann vielleicht schon mal eine ebene höher bei der u21 spielen zu lassen statt bei der u19 ich denke das kann so einem blut jungen spieler dann eventuell auch ein bisschen was bringen ja das war der punkt nummer zwei meine freunde und wir kommen zu punkt nummer drei und das ist für mich wirklich ein unfassbar schöner punkt den ich hier verkünden kann und den ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen habt florian kainz verlängert seinen vertrag bis 2025 ja also man muss erst mal sagen die entwicklung von florian kainz seit er beim fc ist die gegen wirklich stetig aufwärts trotz auch mal verletzungspause trotz auch mal den ein oder anderen tief die er persönlich hatte ist er immer wieder zurückgekommen oder stärker zurückgekommen er hat dann vor ich glaube knapp anderthalb jahren war war das ungefähr wo er zusammen mit benno schmitz den vertrag verlängert hatte bis damals 2024 da hat er auch schon auf einiges an geld verzichtet wie hoch der vertrag jetzt datiert ist kann ich nicht genau sagen trotz allem kann man florian kainz gar nicht in den höchsten tönen weil er hat einfach die fußballerische entwicklung die er genommen hat ist schon mal top er ist menschlich top er ist zum führungsspieler geworden hat öfters die kapitänsbinde getragen und ich glaube wenn man jetzt auf die vertragslaufzeit guckt bis 2025 da haben wir in florian kainz der fast 34 ist also ich kann mir mittlerweile auch sogar vorstellen dass er vielleicht sogar die karriere beim fc beenden könnte und er steht glaube ich wie kaum einer im kader hinter dem verein und fühlt sich glaube ich auch einfach mit seiner familie eingestoßen unglaublich wohl und ist einfach ein ganz feiner kerl und ich glaube da kann sich die ganze fc familie freuen dass er verlängert und abgesehen von diesen punkten ist er ja auch dieses jahr fußballerisch für uns unersetzbar mit fünf toren vier assist ist das halt einfach schon eine top quote in der bundesliga und er ist wahrscheinlich offensiv mit unser wichtigster mann und ich hoffe dass er diese form jetzt in der rückrunde bestätigen kann und dass der fc ja bis 2025 wo er jetzt vertrag hat die zweieinhalb jahre wirklich noch einige gute leistungen von florian kainz sehen können ja meine freunde ich hoffe dieses video hat euch gefallen schreibt mir eure meinungen wie immer sehr gerne unten in die kommentare rein ich werde mich immer sehr darüber freuen ich werde auch jetzt wieder kommentare beantworten ich danke noch mal jedem der mir zwischenzeitlich auf youtube auf insta auf twitch geschrieben hat gute besserung bezüglich der op ich habe mich über jede nachricht sehr gefreut es waren aber wirklich kann ich sagen mehrere hundert nachrichten das kann man einfach nicht mehr beantworten ich habe aber alles gelesen ich habe mich sehr gefreut vielen dank an jeden der da nicht gedacht hat an jeden der mir geschrieben hat ja und ab jetzt werde ich wieder versuchen eure kommentare zu beantworten damit ihr da bescheid wisst und morgen werdet ihr dann um zwölf uhr den match der talk zu unserem spiel gegen werder bremen sehen und dann gibt es auch noch einige andere punkte die ich in dem morgenen video dann noch mit euch besprechen werde bezüglich meinem stadion besuch mit dem guten taubi zusammen am samstag wer uns denn da treffen möchte der kann das tun aber wie gesagt das werde ich morgen im video und via instagram etc alles noch einmal bekannt geben ja abschließend würde ich mich wie immer sehr über einen daumen nach oben freuen über ein abo falls ihr neu seid und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video was auch immer ich mache wieder euer fabio ist raus haut rein und ciao